hey friends willkommen zurück zum weiteren video auf meinem kanal das ist ein video was ich mal wieder nicht drehen möchte aber dreimal dürft ihr raten wer auf die idee kam der spaßtier kam auf die idee weil wir haben gerade auf seinem kanal eine nicht lachen challenge gedreht aber mit den ekelhaften bohnen und ich verlinke euch vielleicht das video dann in meiner infobox oder den kommentaren irgendwie dass ihr es lesen sehen könnt weil ich sage ich nicht was für eine boden er am meisten bekommen hat aber es gab eine wohne brennt jetzt ja und jetzt gibt es den zweiten teil auf meinem kanal wo ich leiden muss alle kinder okay let's go digi bereit ja alle kinder bewundern die schrottpresse nur nicht hagen der sitzt noch im wagen das war es mit hagen auf jeden fall alle kinder spielen mit dem galgen außer jan der hängt dran der arme jan hast du gelacht ich habe nur auch gemacht alle kinder schauen hoch zum galgen außer gunther der schaut runter alle kinder sind drei außer mike der ist zwei okay dann gib mal meine erste bohne her oh das könnte ja marshmallow den hatte ich bis jetzt noch nie aber das schmeckt wirklich geil nach marshmallow okay weiter geht alle mädchen mögen jungen außer laura die mag paula alle kinder sitzen auf einer also alle kinder sitzen auf dem stuhl außer frank der braucht eine bank alle kinder wollen fisch außer frank der will eine bank und schon wieder so ein edeliger wird alle kinder werden berühmt außer reiner der wird schreiner alle kinder gehen auf die spuren aus außer scene die tritt auf eine mine nächste bohne ja ihr seht es ich weiß es auch ich weiß es auch und es schmeckt wirklich in der seite ja okay weiter geht es alle kinder spielen auf dem spielplatz außer hagen der liegt die tote karten muss man kein lachen ich wusste wieder alle kinder fürchten den amokläufer außer mir die hält eine m4 gangster braut am start okay meine bohne das könnte entweder sherry sein oder erdwurm und erdwurm an den geschmack bin ich ja schon gewohnt wenn ihr das andere bienenbusse video gesehen haben ja erdwurm der geschmack kommt mir sehr bekannt vor mein gott bereit alle kinder fahren mit dem panzer außer das fette das klebt an der kette der ist also es zählt ja nicht dass er lachen soll aber mein lachen zählt alle kinder schießen auf die bahn drei außer kai den trifft das blei alle 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 kinder gehen zur schule außer peter der macht später alle kinder verbrennen möbel außer frank der steht im schrank ja der steht halt im schrank warum lässt sich ein schwabe nach seinem tod nur bis zum bauch eingraben damit er sein grab selber pflegen kann durchsage am bahnhof falls jemand den kleinen max sucht er ist auf den gleisen 45 und sechs zu finden ich habe herausgefunden dass jeder mensch ein an und auskopf im nacken hat man betätigt ihn mit einem baseballschläger mann warum sind die wütze alle so ehrenlos die sieht halt als erstes was jetzt für eine bohne kommt okay wir haben tutti frutti man sagt geld ist die wurzel aller übel deswegen schicke ich auch keines nach afrika die haben schon genug probleme darüber nach jetzt nicht das ist richtig mama sitzt nicht immer so faul rum dein arsch wird immer fetter ich sitze im rollstuhl auch heute bei der vergewaltigungsberatung angerufen ist anscheinend nur für opfer ich habe meine habe meiner schwester ein fahrrad gekauft was macht sie weint in ihrem rollstuhl mama ist was ist schwarze humor siehst du den mann ohne arme da hinten sag ich mal dass er klappen soll aber mama ich bin doch blind ich weiß ich glaube danach muss ich das video abbrechen weil ich glaube ich muss das video löschen bei mir das ist zu hart okay gib mir die letzte bohne melone ist geil ne wie nennt man eine frau unter 1,60 m blasrohrkobold ich weiß nicht wie man so dumm sein kann wie don aber guckt euch mal an welche bohne er da jetzt essen will die einzigste scheiß kotze aus der gesamten tüte ja wenn du kotzt na ich muss das sensieren ja warum machst du die scheiße auch comedy ja nur wegen der comedy das haben die jetzt verschlimmert was die kotze warum alter das schmeckt übelst nicht mehr nach kotze das schmeckt irgendetner fahrrad mal